Guck mal den komischen Blasenjöschi mit. Tach! Du bist fertig, kannst mitkommen. Passt zu uns. Ah ok, 1, 2, 3, 5, Erwin noch. Krass eigentlich. Ich glaub, das ist die längste Welt, äh, Palette der Piranha-Pflanzen. Das klingt ja schon grausam. Das ist ja nur ein Blasenjöschi. Fuck you! Weißt du noch damals, dass du, äh, Leben hattest? Wenn du jetzt reinkommst, und jetzt ist hier was cooles drin ist, holst du? Und jetzt holst du dein Yashi, hol dein Yashi, sei lieb. Naja. Oh Gott. Nein, das war der falsche Knopf. Naja, so schön war er auch nicht. Oh, ganz toll. Na, der war kurz da. Diese schöne 2-Spieler-Level-Häldchen. Der bei uns doch bestimmt gehen muss. Ha, tatsächlich. Oh, ich bin die Feuerblume. Ha, stirb. Verbrenne. Verrecke elendig. Den will ich nicht. Ich nehm ihn besser als nichts. Du hast noch Feuerblumen gehabt, dachte ich. Ne. Oh, das sind Feuerblumen. Ich dachte du auch. Echt? Ich meine. Das stimmt. Ziemlich schön. Ja, mein Feuerblumenangriff hat nicht funktioniert. Oh, werf. Jetzt nicht mehr. Werf. Jetzt nicht mehr. Der war richtig mies. Dich voll... Was ein Bolchenvrechen. Wohohoho, wowhoho. Das ist jetzt hier so wie du. Soja, ich helfe dir. Ist ja gut. Komm mal hier. Jetzt züpfen wir da hoch. Ne, du nicht. Jetzt züpfen wir da hoch und halten es fest und ich versuche es auch noch. Zack, 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 zack. Na ja, ich war kurz im Bild. Level beendet, 38 Sekunden. Dafür, dass so viele Level sind, ist die relativ flott zu spielen. Es ist kein Wunder, wenn die ganzen Level immer nur 30 Sekunden lang sind. Willst du vielleicht den Mikro noch näher dran nehmen? Ja, ich wollte gucken, ob es richtig gedreht ist. So, ja, ab und zu passieren, dass das nicht der Fall ist. Und der Strom im Drehwurmturm. Aber man sieht doch jetzt schon, wie schön du auslegst. Ja, ich hab'n super... Nein! Ich hasse mein Leben! Ich hasse mein Leben! Habe ich schon mal gesagt, dass ich mein Leben nicht hasse? Ich wusste, du wolltest es glauben, dass du's nicht schaffst. Ha! Wie ist denn das überlebt? Ich weiß nicht. Oh, ich hasse diese Drehdinge! Das ist auch schon wieder so ein klassischer Fall für nicht zu zweit. Was?! Man rutscht und rutscht und rutscht und... Kommst du jetzt? Ich komm' nicht rein! Wie soll das gehen? Es ist ja schon kein Platz für einen auf dieser scheiß Platform. Es ist nicht genug Platz auf dieser Welt für zwei. Die Welt ist nicht genug. Ich muss dir eine Sekunde überlegen. Schnell, 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 schnell! Warten, warten, warten! Los! Ähm! Oh Gott! Sterb jetzt nicht! Bleib da stehen! Kommt von oben runter! Achtung, Achtung! Ich hätt's grad so schön gefunden, wenn du dann gestorben wärst! Ah! Ja, zeig mir den Mittelfinger! Ich hab's genau gesehen! Ja, wozu? Ich hab das Video, also... Oh nein! Ach, das ist der! Aber wir wissen ja inzwischen, wie er geht! Du bleibst links stehen, ich nehm mit so'n rechts und dann ist er schon weg! Das ist das einzige Level, wo es wirklich sich lohnt, dass man zu zweit ist! Fett sein! Fett sein! Ich mag ihn mit Fett mal drauf! Bisschen! Ja! Und runter! Bisschen! Ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht! Kommt's zu mir genug hoch! Hm? Warum? Ich hab ihn da jetzt getroffen! Bisschen! Bisschen! Wahnsinn! Das sah jetzt auch sehr gut aus! Ich dachte, du hast ihn erwischt und wollte dann wieder weggehen! Und dann hab ich mir gemeint, hätte er ihn jetzt erwischt, wär das Level vorbei! Irgendwas zu seltsam hier! Was ist das? Tja, ich weiß auch nicht! Woher begründet sich dies? Ja, hier nur noch 3 Level und eins davon ist die Bonus-Welt! Level! Die Bonus-Level! Deutsch! Was? Und dann hätten wir schon die Hälfte unseres Jobs heute getan! Mhm! Und dann kommt die schlimme Hälfte! Was waren die letzten zwei Welpen? Das Working-Ding! Ist ja auch noch ganz nett gewesen, mein ich! Ja! Und dann kam's Peach! Das Bowser-Schloss! Das war schon! So! Nur noch Asi! Nur noch asozial! Das hat mir noch gar nicht fertig, ne? Bis dahin! Doch! Ach, hatten wir! Stimmt, wir hatten's! Ach, scheiße! Und dann nehmen wir erst noch mal neu auf! Wir sind ja ziemlich im Schuss! Wir sind ja nicht! Jetzt ist doch den Rest nicht scheiße, oder? Ein Minuten umgekehrt! Hab ich auch vielleicht! Ich will da weg! Oh! Nein! Deswegen muss ich eh über die Testversion, mit der ich damals geschnitten habe, abgelaufen ist, dann müssen wir alles von vorne machen! Wo ich auch keinen Bock drauf hätte! So! Wieso hat die das überlebt? Wir werden zerquetscht worden! Voll unfair, ne? Oh Gott! Das ist halt auch schon wieder so ein typisches Level, wo halt echt keinen Platz für zwei... Ja, aber deswegen lauf ich hier oben dann! Was ist halt das denn? Drück mal da unten auf den Schalter! Nee! Mach's doch selber! Ähm, was mach ich jetzt? Würde ich fragen! Ah! Hier oben dann geht's! Wieso geht dieser Pilz nicht auf? Ach, schön! Ja! Hey, komm! Komm, so ein bisschen Fairness spielen! Biss... Oh, was hab ich hören gemacht! Ein bisschen Fairness wäre echt nett gewesen! So was wie Hitboxen bei Gegnern, die funktionieren! Hitboxen funktionieren Gegner! Hitboxen funktionieren Gegner! Hitboxen funktionieren Gegner! Bist du Angst gehabt? Nee, ich bin noch ein Leben... Nee, ich hab meine Startanzahl wieder zurück! Juhu! Schön! Ich hab auch schon wieder zehn Leben! Ist auch nicht schlecht, finde ich! Aber auch nicht eher! Ich finde das die Zwischendrin mal so krass vor einem zweiten Extra-Lauf war! So krass! Das ist eigentlich so wie damals bei der einen Aufnahme, wo ich dann irgendwie immer so knapp vor meinem ersten Extra-Lauf war und immer gerade mit null Leben und fünf Münzen oder so noch durchkam! Nicht, dass das jemals existiert hätte! Lass mal runter gehen! Können wir einen blauen drücken? Kann man, sehr schön! Haben wir da noch ein Leben? Du kannst auch den blauen drücken! Ich dachte, den da links, der nur zwei Schritte entfernt ist! Ja, das ist glaube ich relativ wurscht! So, und dann haben wir wieder nichts, weil wir wieder irgendwas Falsches wären! Und dann passt das doch! So, auf welchen guckst du? Aufs Leben! Okay, ich will von Sternen! Sternen, 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 Sternen! Wer soll der Sch****? Oh Gott! Alter! Ich bin mir jetzt grad nicht ganz sicher! Ich schon! Nein, das ist nicht! Sehr schön! Mein Leben, ein Leben! Wenigstens wenig. Es hat sich hier echt gelohnt! Das klingt so voll erotisch, ne? Boah, der Loop. Ein Stern. Hat sich ja echt lohnt hier, ey. Dass du den scheiß machst. Aber beim letzten Mal hatten wir irgendwie mehr... Ja, er hat einen Mopsi auch immer gejagt. Er ist ja mit dem P-Pilz. Das ist der einzige Gute an Mopsi. Gut, weiter geht's. Kommentieren wir nicht. Moment. Du bist dagegen, wenn ich laufe. Ich mach das jetzt so. Laufen. Ich hol den. Warum mach ich das? Oh, das ist schön. Ich hab mein Leben und du? Ich hab mein Leben und du? Ich bin tot. Fuck. 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 Ähm, ich werd grad irgendwie... Ich weiß nicht, dieser Italiener... Oh, das ist eine Dank Italiener. Kein Ding. Ich komm dann auch mal hinterher. Ja. Äh, der ist da unten. Was wollen wir? Ganz voll. Was ist denn hier oben? Ja, das Problem ist, wenn du dich dann wieder bewegst, ja halt dann rutschst du wieder. Sechs Millionen Jahre lang. Ja. Was doch mit der... Wow. Stopp wurde gestoppt. Natürlich. Die ganzen sechs Millionen Jahre lang. Ah, gedrückt. Warte, warte, warte. Gut. Wo bin ich eigentlich hier? Du willst auch immer... Sobald ich mit der Blase ankomme, wenn ich fast beruhe, rennst du den nächsten Gegner rein, um mich umzubringen. Das ist jedes Mal so. Das ist voll Taktik, Mann. Du hast ja immer nicht so cool. Ja, wir müssen uns aber trotzdem spielen. Wenn wir das schaffen, dann müssen wir das nicht mehr cool finden. Dann komm durch. Und so einfach ist das. Stirb immer. Magst du mal von unten dagegen springen? Ja. Warten? Vorbei, ist eigentlich gar nicht so gut. Ich meine, du bist ein Arsch, klar, aber... Das ist... Nein! Wir haben die Leben ja gehofft. Eben. Das ist ja okay. Ekelhaft. Ich mag das Spiel nicht. Ich hab hier auf Aufnahme gedrückt, ja hab ich... Sicher? Ja, es blinkt da oben rechts rot. Das glaub ich ehrlich. Ich mir auch nicht. Eigentlich hab ich auch gestern gar nicht aufgenommen. Ich wollte dich einem glauben lassen, mich dazu bringen. Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Äh... Du konntest echt die Tränen erwähnen. Wuhu! 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 Ähm... Naja, das sah fast elegant aus. Ach, du warst auch schon tot. Ja. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Vor allem, dass wir jetzt gerade am Anfang so rumfehlen. Ja. Ist ja nicht so, dass das Leben auf 100 Sekunden ungefähr gehen könnte. Nein! Wir verkacken hier. Ich find's schön, dass du... Also wir haben echt schon eine gute Arbeitsstellung entwickelt und... Danke, dass du mein Leben nimmst. Oh fuck. Äh... So, dann landen wir richtig gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Was? Danke. Gerne. Ja, wir müssen halt aktivieren, ne? Ja, dann tu, tu doch! Ja, du bist da gerade gewesen. Ich dachte, du bist zu clever und springst auch nach Lügen. Nee. Ich bin mit Intelligenz. Was ist das? Kann man das löffeln? Manche ja. Das glaube ich nicht. So. Ey! Oh, du sitzt gar nicht so schön hier. Tschüss, Manson! Tschüss, Manson! Ähm... Okay... Achso, das war die Stellung. Dann... Ich mag das nicht. Du wartest jetzt und springst nach, nachdem ich gelandet bin. Ja. Hat sich gelohnt. Springen? Wie wär's? Ähm... Ich überleg gerade, was man hier machen muss. Könnte es weitergehen? Jetzt zöpflich. Es hat funktioniert. Jetzt kann man nach rechts laufen. Kannst du den Pilz noch holen? Den... Pilz noch... Pilz... Achso, okay, dann haben sie den Pilz. Ist auch okay. Wann rein. Wer war das jetzt? Das war... Roy's, oder? Der mit der hässlichen Brille. Keine Ahnung, man. Ich kann die immer noch nicht auseinander hängen. Hängen? Das kann ich auch nicht. Roy, der mein nächste Kerl. Der Bau der Kinder. Gut. Dazu habe ich halt einfach viel zu wenig mal im Kart gespielt. Tut mir leid. Da tauchen die doch irgendwie auf oder so, ne? Hm? Da tauchen die doch irgendwie so auf oder... Ach, da kannst du jeden von denen fahren. Da haben sie sich gedacht, hey, lass uns ganz viele neue Charaktere einbauen. Alle Bau der Kinder. Ende. Das sieht ja auch überhaupt nicht... Äh... Daran erinnere ich mich gar nicht. Wurde grad sagen, das ist irgendwie... Hat der nicht mehr Kanonen oder sogar? Jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er raus. Da! Okay. Der spielt sich grad wie ein normaler Zwischenboss. Was ist denn das? Ne, der spielt sich einfacher als der normale Zwischenboss. Äh... Okay. Was war das? Ich weiß es nicht. Das ist so der Bosskampf zum Einstieg ins Spiel. War das irgendwie ein bisschen einfach? Oder kam das mir jetzt nur so vor? Vielleicht ist es wieder wie wir es bei letzten Aufnahmen schon dachten, dass es einfach, ähm... Sobald du den Leuten ein bisschen Zeit gibst, werden die richtig arschig. Aber wenn du dauernd mit dem Kopf rum springst und du eine Gehirnerschütterung haben, daran sterben. Wegen innerer Blutung. Äh... Nicht. Innere Hirnblutung. Äußere Hirnblutung ist auch schwer. Egal. Guck mal, Wolken. Mhm. Ganz toll. Was könnte das mal heißen? Es ist schön, dass man keine Angst mehr haben muss, dass man... So, eine Stunde am Spielen. Erst ungefähr. Und in der Welt 2. Finde ich. Läuft. Ich find's schön, dass die Pilzhause hier direkt am Anfang stehen. Da gehören sie auch hin, hallo? Der, das, da... Der Regenbogenlauf. Oh, das ist aber toll Design von denen. Sieht aus wie beim ersten Teil. Und beim zweiten und beim dritten und beim vierten. Ich verstehe die Oberwelt nicht mehr. Wir haben mindestens zwei Grafikdesigner für dieses Level beschäftigt. Für die Welt. Entschuldigung. Einen für die Wolken, eine für rosa. Ich glaub, das mit den Wolken war ne Frau. Oh, ich bin... Sexy, ey. Sorry. Ähm. Ich mach da mal richtig. Warte. Einschuldigung. So, okay. Guck mal, ich hab ne Münze gefunden. Ganz toll für dich. Ja, es ist auch. Ich bin da stolz drauf. Du fühlst dich wie der King, hä? Bin ich ja auch. Boah, ey. Dieses Gerutsche geht mir so hart auf den Keks. Ohne Mist. Dann bricht der eigentlich aus, wa? Ähm. Wo bist du eigentlich? Ich versuche durch die Gegend zu rutschen. Wow, fuck, 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 fuck. Wieso rutsche ich mit dem Pinguinanzug? Was langsam nervt mich dieses Spiel. Hey, der Pinguinanzug? Den kannst du im Eislevel einsetzen. Da rutschst du nicht. Ja, ja. Ja, mich auch. Ich rutschte auch nicht. Wäre cool, wenn du mal wieder einen abwirfst. Weil die sich dann befreien. Tut da, ähm, seitdem. Ich hab' den. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Ich hab' keine Ahnung, was ich gerade treibe. Aber es sieht einigermaßen richtig aus. Soll ich dir helfen? Na komm. Na komm her. Bei Fuß. Häng' ja selber an. Geh. Oh, nein, Moment. Immer noch die Tausendpunkte. Ich hätte ein bisschen schneller schalten müssen, dass da ein Pilz fliegt. Pilz, hm, unwichtig. Ich bin klein. Hm, Pilz wichtig. Zeit weg. Schade. Auch nicht, was du da jetzt gerade so genau getrieben hast. Ich auch nicht. Aber da gibt's jetzt ein Leben. Mit Glück.